das wollen wir allen nicht geben kleiner Hund das sei Junge ist mein Main Junge nur weil du ja ja weil ich ich veranspruchte ich hatte ich habe ich bin ja voll die ganze Zeit gelandet und es war zum ersten Mal dass ich eine Kiste gefunden habe der Abschlusswort ohne keinen Prozent befiegt die Wende in der Höhe war es aber mein Leben ist Kortensieller Kollaps entdeckt jeder sollte sich in die angegebenen ich freue mich immer übermorgen Wollt sie sich so wieder daraus gehen KT das ist das Geiz so witzig von da ausgehen die Hälfte st durch das war spaßig das Wort ab ich hab das die um es geht zwölf und die saug ach ja und jetzt habe ich hier icr gefunden er liegt doch hier so es war das gerade er wird in zweier skoppern okay ich stelle das erweitere zwei gazin reinplatten ja moin warum besser als die zeus so dass ich zu äußer schatten ach so du willst den das und für den das hund finden raketenwerfer bei mir ich habe ein traumakrit gefunden auf bei mir jetzt mit die dinge ist er keine aufgaben machen muss was so um die charaktere frei zu kriegen die kleinen versorgen der erwähnt dass der 11 wir haben haben wir da haben habe ich der mein haus nur das komplett in der mitte ist so aber schien schützt um ist vorwitzenden können wir noch sein zu deinen dienst Botschaft wurde aufgaben kriegst mistiges vorbeigte spieler ich komme in die Welt kommen die sind wo diese Tricks Feuerwerke sind noch besser kann ich hier wieder ihr hört nicht hier ihr hört nichts ich hätte es nicht aber auch lang lauflich Äh warte, hier. Daimon, wie die Kacke heißt. Herrgriff, wo? haben wir sagen dass ein bock mehr auf vorhanden Reiter auch Fuchs bei der Skop als Amelst also in der Hauptschrift aber egal ob es damit kräftig waren tritt obliegen medox zu vereins besser als du nicht hast da ist es also mit zwei auf 200 hb was dann willst reflex adr ich würde nicht es wird lieber einer auf den ganz auf reflex umbauen er ist nicht gesagt sie sagt wenn es reflex besser als e.v nena 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 nukton Lübton ha aber ich würde sagen wir auch einfach auf Lübton also schon wenn es safe aber halt wo wir hingehen sollten ins Wasser gehen oder was Prozent gab es gut gab es noch mal Brote oder nicht also bis zuletzt ok ja ich doch los ich spür's ohne die Diegel ok wir sind in die Wachtung noch wir verkennt euch jetzt nicht ernsthaft oder Lagebericht Kreiskollaps droht in Sicherheit gegeben nicht ok 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 und er ist das Wort als ich die sich die aber er liegen lassen dass es wird mitnimmt weiß nicht Dreckig, doch. Vorratslieferung unterwegs. Mag ich hier oben bitte wegmachen? Wo? Ah ja. Kann man sich hier nicht hinlegen? Ja, man sieht es immer an so geilen Cyberspots, weil es immer keine Sniper. Das ist immer unnormal. Immer dieses Anlag dabei. Ja, da werden sich alle drauf geiern. Na, können aber ein paar Kills abschauen, wenn du bekommst. Bei, äh, Frachtdocks, also beim Hafen. Wo sind welche? NW. Da hinten ist hier immer die geilste Angabe, die man machen kann. Ist da unten ein Schutzbunker? Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Ich will eigentlich zum Ding, zum Nutrup. Äh, wollen wir mal mit dem Boot umfahren? Dann, oder? Oder ist das zu? Komm, wir machen. Oder wollen wir mal gucken gegen den Bunker? Wer bitte schön spielt, keine goldene AK. Ja, der hat mir schon den üblichen Shot reingedrückt. Ja, der hat da oben den Sniper und kämpft da oben. Richtung, äh, 300. Ah, fuck, war schon bloß los. Der hat absolut die Puffer positionen. Okay. Oh, hier. Zwei Leute. Bitte. Hab einer, hab einer, hab einer. Äh, gehst du links? Kreiskollaps tot in Sicherheit begeben. DMR. Ah. Bitte mal, bitte mal. Oh! Oh mein Gott. Der Tief hat so verkaufen gehen. Jetzt mehr. Die ist neue Lieblingswaffe, wenn man dann so geil aimen kann. Ah, der kann auch die Aufsätze haben. Ähm, hast du ein bisschen, hast du ein bisschen 7,2 Moni? Äh, 7,1 Dings und ähm, ich brauch 5,5. Was, äh, 7,2? Ja, 5,5. Wie jetzt auch noch. Digga, lass immer dieses Verpack da lassen. Ja, ich weiß. Ich will, das hier ist. Ja, Digga, ich bin voll, Digga, mit Moni. Ich kann's doch raufheben. Ich hab, ich hab. Naja, ich kann da grad nicht ran mit den Dingens hier, weil manchmal ist er so verpackt. Ja, aber da war ich schon bei mir, eben, mit dem Typen. Ich hab, ich hab den mit, ich kann die nicht mitnehmen. Problem ist so. Da bei denen. Obwohl, äh, hier hast du da paar Magazine. Vorratslieferung unterwegs. Nix. So, ich, ich, äh. Ich hör mir mal ganz kurz das, äh, Dingens. Das Trauma-Kit. Ähm, ja, wir haben uns immer mit dem, ja. Ich hab, ich hab gar nicht geguckt, ob die noch Rüstung hatten. Hat die Rüstung? Weiterer Kollaps erwartet. Such die Sicherheitszone auf. behavi Ooow Huhuow, Degar. Ah, hab ichätt vorgesprochen härtend, ich hab noch n Auto. Ähhh... ist das hier alle lagebericht kreiskollaps droht und auf jeden fall gab es bei uns insel ich weiß wohl wurde level 2 am besten liegt wir waren ja viele leute gestorben aber richtig viele liegen auf jeden fall der wieder hier liegen hier noch relativ ist da dann bleibt es das soll nicht verknüpft werden ja wohl auch alle hätten es zu Ende vorratslieferung unterwegs ist also ist auf jeden Fall keiner mehr sind fünf Leute noch übrig ich muss gerade sowas von Pistole Achtung weil ich habe 30 Verbände fünf Wettkills und fünf Plan der Panzerplatten ich war ein HP Monzo ich habe mir schnell noch zweitlevel da ja hier weiterkämpft aber doch ein bisschen sicherheit um hier weiterkämpft Nene, ja, geh da runter, geh da runter. Geh die Ecke, geh die Ecke runter. Ja, geh da. Ja genau, die Ecke runter. GG. Die källt's. 11.20 kett ist runter. Bissl langsam hoch. Warte, warte, warte! Ich guck jetzt. Alles frei? ja bisher auf den Berg da ist da ist 60 ob er denn hier hoch aber ich hab dir einfach einen enter hatten wo ist der ist da und ist da und ist da was ja komm wir machen komm schon Digga, 20 kills round, easy Lagebericht, Kreiskollaps tot in Sicherheit begeben aber Digga das Problem ist so wenn die uns jetzt wissen sie ja wo wir sind dann können wir uns einfach da können wir einfach das Dings absperren ja Digga soll ich einen enter hatten geben muss mich hier wo ist der 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 was ich suche ich suche es nein mein 20iger Kill habs hier wo ist der doch hier hinten geht es hoch schnell es wird schnurziger keine zeit aber so schön müssen langsam das ist der sieg das ist der sieg das ist der fucking sieg dein erster sieg mein erster sieg vier kills die sind so schwitzig ich mach mit die 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 die